Heute sprechen wir über Zug um Zug Legacy, Legenden des Westens. Ich werde euch spoilerfrei zeigen, was in dieser Schachtel alles drinsteckt, werde euch erzählen, wie mir das Spiel gefallen hat und vor allem klären wir die Frage, für wen von euch ist dieses Spiel was. Auf geht's! Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und heute geht's wie gesagt um Zug um Zug Legacy, Legenden des Westens, dem neuesten Ableger im Zug um Zug Universum. Ich glaube, das Grundspiel kennt jeder von euch, das ist ja quasi aus keinem Haushalt mehr wegzudenken, kam ursprünglich 2004 raus, Autor war Alan R. Moon und seitdem das damals zahlreiche Preise abgeräumt hat und sich so gut verkauft hat, ist irgendwie kein Jahr vergangen, in dem nicht irgendwas zu Zug um Zug rauskam, irgendeine Expansion oder neue Extraspielpläne oder irgendeine neue Version, jetzt gibt es auch Städteversionen, also da kommt quasi jedes Jahr was Neues raus und dieses Jahr ist wirklich die umfangreichste Box erschienen, nämlich dieses Legacy-Spiel hier. Da hat sich Alan R. Moon auch Unterstützung geholt, nämlich Rob Davio und Matt Leacock, Leute, die Legacy-Spiele kennen und wissen, das sind zwei sehr bekannte Namen, weil sie unter anderem Pandemic Legacy zusammenentwickelt haben und Rob Davio ist mehr oder weniger auch so der Urvater des Legacy-Konzepts, der hat mit Risiko Evolution, also Risk Legacy, erstmals sozusagen dieses Konzept überhaupt so auf irgendein bekanntes Brettspiel übergestülpt und daraus was Neues gemacht und das haben sie jetzt eben hier zu dritt auch mit Zug um Zug gemacht. Ich habe von dem Spiel vor einem halben Jahr erfahren und da war auch gleich die Frage, ob ich nicht Lust habe, im Sommer das mal auszuprobieren, um die ganze Kampagne tatsächlich zu spielen, um mir auch einen guten Eindruck von dem Spiel zu machen. In Entwicklung war das aber wohl offensichtlich schon seit fünf Jahren und man merkt auch, da ist wirklich sehr, sehr viel Energie reingeflossen, wie man das gut umsetzen kann. Jetzt ist vielleicht mal für einige von euch gar nicht klar, was ist eigentlich Legacy. Legacy bedeutet, es ist ein Kampagnenspiel, also ein Spiel, was man über mehrere Spieleabende, mehrere Partien nacheinander spielt und wo man eben auch so einen Charakter spielt, der sich auch weiterentwickelt. Der Witz ist aber eben hier, dass quasi nicht immer das Spiel zurückgesettet wird, sondern es entwickelt sich kontinuierlich weiter. Das heißt, wir haben verschiedene Boxen, die wir aufmachen, es kommt neues Spielmaterial dazu, es kommen neue Regeln dazu, es werden fleißig Aufkleber auf den Spielplan geklebt, es werden nochmal vielleicht Karten zerrissen und aus dem Spiel entfernt und dieses ganze Spiel tatsächlich auch als physisches Spiel entwickelt sich weiter. Das heißt, keine Partie ist wie die nächste und man macht wirklich gemeinsam mit dem Spiel so eine Entwicklung durch und am Ende hat jeder mehr oder weniger sein eigenes individuelles Spiel. Ob das sich dann noch lohnt, dass man dieses Spiel am Ende dann noch weiterspielt, wenn die Kampagne durch ist, was man hier übrigens auch kann, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Im Zentrum steht aber wirklich diese Spielerfahrung, dass man quasi über diese in dem Fall zwölf Partien sich einfach gemeinsam mit dem Spiel weiterentwickelt. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das haben die hier wirklich gut gemacht. Also es beginnt wie so ein klassisches Zug um Zug. Man sieht am Anfang auch so nur einen Teil der USA-Karte, da kann man sich dann schon, ohne jetzt zu spoilern, irgendwie überlegen, naja, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dann kommen im Laufe der Kampagne. Und das erste Spiel ist auch ein relativ kurzes Einführungsspiel. Ich glaube, wir haben so 25 Minuten gebraucht und das ist wirklich so von den Grundprinzipien wie das klassische Zug um Zug. Also wir haben einen Plan, da sind verschiedene Städte drauf, die Städte sind mit Streckenverbindungen miteinander verknüpft und wir versuchen eben hier unsere Zugwaggons drauf zu platzieren, um bestimmte Städte miteinander zu verbinden, um dann Auftragskarten zu erfüllen. Und wenn wir dran sind, dann dürfen wir entweder zwei Karten aus der Auslage ziehen, diese Karten müssen wir dann eben sammeln, die haben unterschiedliche Farben, damit wir dann in einer anderen Aktionsmöglichkeit dann die entsprechenden Karten ausspielen, um dann eine Strecke zu beanspruchen. Also wenn ich zum Beispiel eine Strecke, die aus drei grünen Feldern besteht, beanspruchen will, muss ich halt drei grüne Karten auf der Hand haben, die ich dann abgebe und dann kann ich da meine Zugangstaufe machen. Und im Laufe des Spiels baue ich dann mir so ein kleines Netzwerk, meine Mitspieler natürlich auch, und am Ende wird halt geguckt, wer hat wie viele Aufträge gesammelt, wer hat wie viele Waggons verbaut, das ist auch ein kleines Wettrennen. Und dann macht man im klassischen Zug um Zug dann eben Punkte. Hier macht man Geld, weil es geht thematisch darum, dass wir hier in diesem Spiel unsere eigene Eisenbahngesellschaft leiten. Und die wollen wir halt zu Ruhm und Ehre führen und wollen eben den Westen erkunden und wollen eben durch verschiedene Sachen eben halt möglichst viel Geld machen. Und wer am Ende des Spiels, also einer Partie das meiste Geld hat, hat die Partie gewonnen. Und wer am Ende der ganzen Kampagne das meiste Geld erwirtschaftet hat, hat dann die ganze Kampagne gewonnen. Ist auch ganz cool gemacht. Also jeder hat dann so eine kleine Schachtel, die besteht aus zwei Teilen. Auf der einen Seite tut man dann sein Spielmaterial rein für die nächste Partie, dann kann man die Sachen wieder einfach da rausholen, weil man sammelt auch im Laufe des Spiels so unterschiedliche Sachen. Und dann ist auf der anderen Seite sozusagen nur so ein kleiner Schlitz und da packt man dann immer so die Wertungszettel rein am Ende einer Partie. Und so weiß man quasi gar nicht, wer aktuell führt, weil am Ende gibt es dann die große Gesamtabrechnung. Und das Coole ist eben, man hat einen relativ einfachen Einstieg. Es ist so das klassische Zug um Zug. Und dann zum Ende des Spiels ist schon so ein richtig cooler Moment. Der hat mich auch ein bisschen an ein Pandemic Legacy erinnert. Da hatte ich nämlich das genau gleiche Erlebnis. Nämlich wird dann dieser Legacy-Stapel, da ist sozusagen die Geschichte drin, da darf man dann weiterlesen. Und dann heißt es irgendwie, öffne diese Box, öffne jenes, füge diese Sachen hinzu. Und da heißt dann unter anderem am Ende der ersten Partie, öffne die Werkzeugkiste des Schaffners. Und ich sage euch natürlich jetzt nicht, was da drin ist, aber ich kann euch jedenfalls sagen, wir hatten alle die gleiche Reaktion. Alle hatten große Augen und haben gesagt, okay, das ist cool. Da sind neue Komponenten drin, da kommen neue Mechanismen rein, neue Spielregel. Und das hat einfach perfekt gepasst. Also es hat sich unglaublich thematisch angefühlt. Und irgendwie war das schon so dieser Moment, das war wie bei Pandemic Legacy auch am Ende der ersten Partie, dass wir uns gedacht haben, okay, das ist richtig cool. Ich kann es eigentlich nicht erwarten, die nächste Partie zu spielen. Und so ist es tatsächlich in dem Spiel hier auch, dass wir in jeder Partie eben immer wieder ein bisschen Story lesen. Wir machen neue Boxen auf. Hat also auch wirklich diesen Überraschungsmoment, so wie Geschenke auspacken an Weihnachten, sowas ist diesmal drin. Man sieht, wenn man die Kiste aufmacht schon, dass da so verschiedene Boxen drin sind. Die sind auch so geografisch zugeordnet. Da ist dann irgendwie Florida bei, Florida und Cascadia und Kalifornien und die Badlands. Und die macht man dann im Laufe der Kampagne auf. Und da gibt es immer wirklich coole, überraschende Dinge, die da drin sind, die bei uns wirklich jedes Mal dazu geführt haben, dass wir uns gesagt haben, ey komm, lass noch eine Partie spielen. Also irgendwie würde ich jetzt gerne wissen, wie das implementiert wird in dem Spiel, was sich dann genau ändert, wie sich das anfühlt. Und das ist tatsächlich auch so, dass bei dem Spiel irgendwie jedes Mal so ein bisschen ein anderes Spielgefühl entsteht. Also dieser Überraschungsmoment am Ende einer Partie und dann auch zu Beginn, wenn quasi neue Regeln dann reinkommen, das löst dieses Spiel wirklich gut. Also da kann man irgendwie schon mal den Hut davor ziehen. Was mir aber wirklich besonders gut gefallen hat, ist, dass da nicht immer nur neue Sachen dazukommen, sondern auch, wie die Sachen implementiert sind. Also es kommen, wie gesagt, neue Komponenten rein, es kommen neue Mechanismen rein und es fühlt sich jedes Mal wirklich frisch an. Also es sind wirklich unterschiedliche Dinge, die im Laufe der Kampagne dazukommen. Manches wird dem einen oder anderen großen Zug-um-Zug-Fanfall doch ein bisschen bekannt vorkommen. Anderes ist wirklich total neu und überraschend. Und das Coole ist, dass da eben nicht nur irgendwie der Fokus immer wieder auf was anderes gelegt wird, sondern dass wir im Laufe des Spiels auch einfach mehr Optionen bekommen. Das Grundspiel Zug-um-Zug ist ja relativ simpel. Aber durch dieses Legacy-Element kommen da immer wieder neue Sachen rein, die das Ganze ein bisschen komplexer machen. Aber dadurch, dass es eben halt Stück für Stück passiert, wächst man da auch gut rein, auch wenn man irgendwie mit dem Spiel vorher noch keine Erfahrungen hatte. Und das Coole ist eben, dass wir nicht nur andere Sachen machen, sondern wir haben einfach mehr Möglichkeiten. Das heißt, wie gesagt, jeder möchte ja seine Eisenbahngesellschaft weiterentwickeln und möchte quasi am Ende der erfolgreichste Eisenbahner sein. Und wir haben im Laufe des Spiels immer mehr Optionen, wie wir das denn genau gestalten wollen. Das hat mir persönlich eigentlich am besten gefallen, weil wir einfach unterschiedliche Dinge am Tisch gemacht haben. Das Nächste, was mir gut gefallen hat, ist, dass das Spiel tatsächlich auch eine Geschichte erzählt. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass wir irgendwie so ein Storybuch haben und dann da ganz genau steht, was da passiert, sondern es ist eher so ein bisschen das Setting, was so weiterentwickelt wird. Und ich will natürlich nicht sagen, was genau passiert, aber wenn ihr so einfach an das Thema denkt, Eisenbahnbau in den USA im 19. Jahrhundert, wenn ihr an entsprechende Filme und Serien und Bücher denkt und was euch alles da so zum Wilden Westen einfällt, dann kriegt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, was man in der Schachtel alles wiederfindet. Und das bringt uns immer wieder in neue Bereiche, tatsächlich geografisch, aber auch inhaltlich und thematisch. Und wir Spieler, wir schreiben eigentlich unsere eigene Geschichte. Und ganz klar ist es kein Story-Spiel, das ist immer noch eher so ein klassisches Euro-Game, also wo es wirklich darum geht, Siegpunkte oder in dem Fall Geld zu erwirtschaften, dass man irgendwie taktisch und strategisch gut spielt. Aber es fühlt sich halt schon so an, als ob wir den Wilden Westen entdecken. Und das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Die Frage ist natürlich jetzt, wem kann man dieses Spiel empfehlen? Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr abhängig davon, ob euch Zug um Zug als Grundkonzept gefällt, sondern eher, ob euch das Legacy-Konzept gefällt, vor allem, ob euch Pandemic-Legacy gefällt. Denn man merkt hier wirklich, dass Matt Leacock und Rap Davio diese beiden Spiele auch mitentwickelt haben. Und die Handschrift ist ganz klar erkennbar. Also wenn ihr Zug um Zug mögt und ihr sagt, ihr habt Bock auf eine neue Variante und ihr liebt Pandemic-Legacy oder andere Legacy-Spiele, dann würde ich fast meine Hand ins Feuer legen, dass euch das Spiel hier gefällt. Wenn ihr sagt Zug um Zug, ja, ist schon ganz okay, ist eigentlich nicht so mein Cup of Tea, weil mir es irgendwie zu simpel ist, aber Legacy finde ich cool und Pandemic-Legacy habe ich auch gern gespielt, dann würde ich auch sagen, guckt es euch an. Also das ist so ungefähr auch meine Position. Ich mag Zug um Zug, ich habe verschiedene Varianten gespielt, sicherlich nicht alle. und ich finde das Konzept gut, es ist ein cooles Familienspiel, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da Feuer und Flamme bin und sage jeden Abend bitte Zug um Zug. Aber ich mochte Pandemic-Legacy und ich mag diese Weiterentwicklung und deswegen hat mir dieses Spiel auch echt unfassbar gut gefallen. Wenn ihr Zug um Zug mögt, aber ihr seid eher nicht so der Freund von Legacy-Spielen, also vor allem Pandemic-Legacy, es gibt ja unterschiedliche Legacy-Formen, wie man das genau umsetzt und wenn euch jetzt gerade das von Pandemic-Legacy nicht so gut gefallen hat oder wenn ihr generell sagt, Legacy-Spiel weiterentwickeln und so, das ist eigentlich nicht so meins, dann glaube ich, ist eher das Problem, dass euch dieses Spiel auch nicht gefallen könnte, denn es hat schon sehr viele Anleihen von Pandemic-Legacy. Und wie gesagt, also wenn euch generell Legacy nicht gefällt, weil ihr sagt, ich möchte meinen Spielplan nicht verändern, ich möchte da nichts draufkleben, ich möchte schon gar nichts zerreißen oder irgendwie wegnehmen und ich möchte auch so ein Spiel nicht nur einmal als Kampagne durchspielen, das hat ja unterschiedliche Gründe, weil man einfach generell das irgendwie nicht mag mit seinen Spielen oder weil einem das Konzept nicht gefällt oder weil der Umweltaspekt vielleicht auch eine Rolle spielt, ich glaube, dann ist das Spiel nichts für euch. Ich habe vorher schon gesagt, man kann dieses Spiel auch spielen, wenn man durch ist, dann hat man sozusagen seine eigene Version dieses Spiels und das kann man theoretisch immer und immer wieder spielen, das stimmt auch, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, das macht keiner. Also die theoretische Möglichkeit besteht und dann kann man sich irgendwie auch sozusagen, ja, kann man zufrieden ins Bett gehen und dann kann sagen, ja, also wir müssen das Ding ja hinterher nicht wegschmeißen, wir haben jetzt irgendwie auch nichts, umweltverschmutzendes gemacht und so, weil wir könnten es ja theoretisch wieder spielen, das bleibt also bei uns im Schrank. Ich glaube aber, das holt keiner später raus und spielt diese Version von Zug um Zug. Dafür gibt es viel zu viele andere, die einfach dann leichter, flockiger sind und fokussierter, also es ist eine theoretische Möglichkeit, aber es macht wahrscheinlich keiner, aber es besteht, wie gesagt, die Möglichkeit. Ich glaube, so habt ihr einen ganz guten Eindruck jetzt mal, ohne dass ich jetzt wirklich viel verraten habe, was inhaltlich passiert, was das für ein Spiel ist und für wen das geeignet sein könnte. Mir hat es persönlich, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ich war positiv überrascht, weil ich Zug um Zug mag, aber jetzt auch nicht der allergrößte Fan bin. Aber wir hatten hier wirklich einige richtig coole Abende und es war ganz oft so, dass wir irgendwie eine zweite Partie gemacht haben und am Ende kam eine neue Box und wir haben große Augen wieder gemacht und dachten, okay, das ist eine coole Idee, lass uns weiterspielen. Nee, ist irgendwie schon halb zwölf und wir müssen das auf irgendwie übermorgen verschieben und dann sind alle irgendwie mit Vorfreude ins Bett gegangen und dachten, wann können wir wieder weiterspielen. Also, wenn euch das vom Grundkonzept irgendwie taugt, ich glaube, dann könnte das was für euch sein und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!